Was ist bei einem guten CRM-System zu beachten? In vielen Unternehmen sind CRM-Systeme so eine Art Rückenmark, so eine Art Wirbelsäule, an der sich alles andere ausrichtet, zumindest innerhalb der Vertriebsorganisation. Also CRM, so etwas wie Customer Relationship Management System, bedeutet ja letztlich, dass man IT, ein IT-System hat, Software hat, mit der man die Kundenbeziehungen managt. Wenn ein CRM-System vor allem angeschafft wurde, um Verkäufer zu kontrollieren, dann leistet es viel zu wenig. Wie man ein CRM-System so einrichtet und nutzt, dass es wirklich die Bedürfnisse der Verkäufer unterstützt und dadurch auch von den Verkäufern wesentlich besser akzeptiert wird, wie das geht, das erkläre ich dir gleich. Was ist bei einem guten CRM-System zu beachten? Die Frage stellt sich vor allem, wenn Sie gerade dabei sind, ein neues CRM-System auszusuchen oder vielleicht den Wechsel zu einem anderen CRM-System zu planen. Ich habe mir vorgenommen, die wichtigsten Fragen in einigen wenigen Checklisten mal zusammenzutragen, um dabei zu helfen, sich selbst klar zu werden, was brauchen wir und was brauchen wir vielleicht nicht. Zunächst mal die Frage nach den wesentlichen Stammdaten. Also welche Arten von Daten brauchen wir? Man spricht auch von Entitäten. Also möglich wären da natürlich Personen, sicherlich Firmen, die den Personen zugeordnet werden, also die Firmen, in denen die Kunden arbeiten. Vor allem wichtig bei professionellen CRM-Systemen, die sich mit Business-Kunden beschäftigen. Verkaufschancen, also das kann alles Mögliche sein von vielleicht Leads, aber auch natürlich konkrete Projekte, die gerade am Laufen sind. Aufgaben für Mitarbeiter, Termine, die eingehalten werden, Nachrichten, E-Mails und so weiter. Dokumente aller Art, die vom Kunden reinkommen oder zum Kunden gingen, Anfragen, also vielleicht Leads im Sinne von Marketing-Leads, Verträge, Projekte. Also es gibt die unendliche Liste von Möglichkeiten, die man sich da ausdenken kann. Und diese Frage ist vielleicht die wichtigste, sich vorher mal klar zu werden, was brauchen wir eigentlich von Daten in diesem CRM-System? Dann geht es um die Verbindungen. Also welche Arten von Verbindungen müssen wir darstellen? Beispielsweise Firmenzugehörigkeit oder bei Verkaufschancen. Welche Person hat welche Rolle in dieser Kaufentscheidung? Mitgliedschaften vielleicht? Verbindungen zwischen Personen, wo klar wird, wer kennt sich, wer mag sich, wer hat vielleicht andere professionelle Verbindungen untereinander? Zuordnungen von Terminen zu Personen und so weiter. Dann bei den Rechten sollte klar sein, wer kann Stammdaten anlegen, ändern und so weiter. Welche Daten kann vielleicht der Kunde selbst anlegen? Welche zusätzlichen Informationen sind notwendig? Und was für Daten holen wir aus anderen IT-Systemen? Eigene oder Fremde? Was wird laufend immer wieder übernommen? Also vielleicht sogar synchronisiert? Und was wird zu Beginn einmalig übernommen? Wenn die Stammdaten klar sind, dann sollten wir uns wirklich auch klären, was müssen wir protokollieren? Also welche laufenden Informationen müssen wir auf welche Art im CRM-System speichern? Wie kommen E-Mails ins CRM-System? Wie kriegen wir die Korrespondenz rein? Welche anderen Daten zu Geschäftsvorfällen müssen da rein? Also Rechnungen vielleicht, sicherlich Reklamationen, Vertragsänderungsvorfälle und solche Dinge. Wie detailliert sollen Besuche und Veranstaltungsteilnahmen etc. protokolliert werden? Wie sieht es aus mit Anrufen und anderen Gesprächsinhalten, die nicht automatisch abgebildet werden? Gibt es noch andere digitale Fußabdrücke, also Webseiten, Interaktionen dieses Kunden, Reaktionen auf E-Mails oder Ähnliches, das wir dokumentieren wollen? Und welche anderen Abteilungen sind involviert? Also welche Interaktionen aus anderen Abteilungen müssen wir abbilden? Buchhaltung, Mahnungen, Service, Reklamationen und ähnliche Dinge. Und der dritte Aspekt ist der Funnel, also die Abfolge, die vorher programmierte Abfolge von Aktivitäten und Entscheidungen. Welche Struktur wollen wir da abbilden? Wie viele Phasen hat unser Vertriebsprozess? Welche Aktivitäten werden an den einzelnen Punkten und Meilensteinen abgesetzt? Wie kann wir vielleicht auch darauf einwirken, dass der Forecast vollautomatisch entsteht, ohne dass nochmal der Forecast an sich vorbereitet werden muss? Und welche sonstigen statistischen Messverfahren wollen wir involvieren, um künftig die Vertriebsarbeit besser und fundierter zu gestalten? Und abgesehen vom Funnel gibt es natürlich noch weitere Aktivitäten, die sich über das CRM-System steuern lassen, zum Beispiel Kontrollaufgaben oder das Delegieren von einfachsten Aufgaben, wie zum Beispiel dem Verschicken von einem Prospekt, einer Unterlage oder einer sonstigen Information, die vielleicht vom Verkäufer ausgelöst wird, weil er es nicht selbst tun kann und an anderen Kollegen übertragen, oder sonstige Aufgaben, die man innerhalb des Teams sich gegenseitig gibt. Oder natürlich auch Aufgaben, die man für sich selbst vermerkt, vielleicht mit Terminen in der Zukunft. Und dann gibt es noch den Marketingaspekt. Wie können wir das CRM-System nutzen, um die Marketingaktivitäten sinnvoll zu steuern? Welche Struktur von Kategorien unserer Produkte wollen wir darlegen? Wie können wir Interessen von Kunden und Interessenten sauber abbilden und dadurch Marketing effektiver machen? Und wie können wir das Anlegen von Datensätzen vernünftig dokumentieren und gleich zu Beginn klären, wer hat denn aus welchem Ziel, aus welchem Interesse heraus sich wofür interessiert? Und natürlich ist es wichtig, dass wir auch die Rechte und den Zugriff auf Auswertungen definieren. Also welche Führungsrollen haben wir? Sicherlich den Verkäufer an sich, vielleicht sein Vorgesetzter, Marketingfunktionen, Servicefunktionen, Assistenzfunktionen, um genau festzulegen, wer hat eigentlich welche Rolle im Umgang mit dem CRM-System und darf daher welche Funktionen ausführen. Daraus ergeben sich natürlich dann die Rechte und auch die Auswertungen, auf die wir Zugriff haben. Möglicherweise wird ein Teamleiter natürlich die Daten aller ihm zugeordneten Mitarbeiter sehen wollen, während der einzelne Verkäufer sinnvollerweise nur seine Daten sieht. Und vielleicht können wir aus dieser Betrachtung heraus auch mal überlegen, welche übergeordneten Informationen wollen wir denn den Kollegen im Vertrieb oder vielleicht sogar anderen Abteilungen zur Verfügung geben, um sinnvolle Entscheidungen zu treffen. Das war meine Antwort auf die Frage, wie man sich ein gutes CRM-System aussucht und diese Struktur kann vielleicht dabei helfen, sich erstmal im Klaren zu sein, was sind denn für unsere Vertriebsaufgabe die wesentlichen Funktionen. Aber das war natürlich nur eine Frage, viele andere gibt es auf stefanheinrich.com und dort gibt es auch die Möglichkeit, sich nochmal einzutragen und sich vielleicht sogar eine eigene Frage zu stellen, die wir dann, und das verspreche ich, in der Zukunft bei weiteren Ausgaben dieser Serie beantworten werden. Wir hören uns wieder und bis dahin, gute Geschäfte.